Mein Job erfordert eine besondere Vorgehensweise. Man nennt mir eine Zielperson und dann führe ich den Auftrag durch. Bei einigen Jobs soll es aussehen wie ein Unfall. Die besten Jobs sind die, bei denen erst gar keiner merkt, dass du dort warst. Also, ich habe mich zu machen, dass wir uns, oder uns permissionen, zu machen diese wirklich spannende Stunts und die Riedfast-Shootguns und all diese Nonsensche. 3, 2, 1, Action! Ich habe keine Ahnung von dem Original, aber was mich an der Idee war, denn es gibt viele Filme von Hitmen. Aber dieser war anders, denn sein M.O. war, dass es ein accident hat. Für meine Meinung war, es war gut, denn es war nicht so, dass wir nicht nur jemanden schießen, aber es war nicht so, dass es ein accident hat. Wo ist der Bischof? Wir wissen es noch nicht. Rauchen! Ich habe ihn über die Jahre gesehen gesehen, zu diesem sehr skilvoll, physischen, adeptes Performer gesehen. Er ist ein großartiger Akte, aber er ist auch sehr physisch. Er ist sehr skilvoll an die Dinge, die ein Mechaniker muss. Er ist ein brillant Fahrer, er kann die meisten ihrer Stunts machen, und möchte die meisten ihrer Stunts machen. Er war die perfekte Kastung für dieses Spiel. Ein Mann, ein paar Worte, er hat ein Leben, er ist nicht ein Kind, er ist ein Kind. Er sieht physisch sehr gut aus, und Jason kann so viel mit einem Look machen. Das war sehr wichtig für dieses Spiel, denn der Mechaniker spends viel Zeit auf seinem eigenen. Arthur Bishop, der Mechaniker, hat niemand mehr zu sprechen. Er ist ein Kind, der man oft zu sprechen. Er hat viele Emotionen durch seine Erhöhung und die Erhöhung. Und Jason ist sehr gut an das. Aber er ist auch komplett believable, als jemand, der kann zehn Menschen in einem Raum töten, mit seinen Händen. Er hat es aus jedem Aspekt geführt. Er hat es in diesem Bereich gehört. Er hat es in Jason. Ja, das ist in Jason. Oder wie ich es? Los geht's! Los geht's! Es gibt keinen besseren als dich. Du bist eine gottverdammte Maschine. Dir fehlt Gesellschaft. Ich hab doch dich, Harry. Harry McKenna hat uns verraten. Jeden Tag, den er lebt, bringt diese Firma in Gefahr. Das müssen Fehler sein. Aber hier gibt es kein Zurück. Steven McKenna, ich trauere mit dir. Du trauerst mehr als ich, Mann. Ich will alles wissen, was du bist. Ich will es tun. Er war dein Mentor. Du schuldest ihm was. Weißt du, was ein Mechaniker ist? Ein Auftragskiller. Deine Ausbildung erreicht die nächste Stufe. Das waren meine beiden besten Teams. Dann muss ich weitere schicken. Sparen Sie sich die Mühe. Ich komme zu Ihnen. Glauben Sie ernsthaft, Sie kommen schneller zu mir als ich zu Ihnen? Ich bin bereits da. Das war's für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020